dass er uns wieder in Antwort stehen kann. Punkt 6 bleibt. Und dann gab es nochmal ein Punkt 9, aktuelles. Den würde ich allerdings auch ganz kurz dazwischen schieben. Weil wir zu der Teilnehmerliste, die gleich rumgeht, würden wir eine Volksinitiative auch pro Fahrrad rumgehen. Da kann die Bluthoch vielleicht zwei, drei Worte dazu verlesen. Also da gibt es eine Initiative, die in den 60 Kauten unterschopfen sammeln, um eben das Land oder die Stadt. Es fehlt eigentlich ganz in der Welt, die Fahrradwege zu verbessern. Und dann haben wir, die hat uns angeschrieben, als Flachbarschaftszimmer, ob wir daran teilnehmen. Immer wenn wir es geöffnet haben, weiß ich darauf hin und lasse es umgehen. Damit wir viel und mehr schocken. Ich lasse jetzt auch umgehen, da sind Lehre anbei. Punkt 5 müsste noch, also der Erste, der anfängt, bitte noch auf der, die fast schon voll ist. Der Wieschort. Der Wieschort, der Wieschort. Aber du hast ja kein Fahrrad drin. Sehr gut. So, jetzt muss ich mal nach dem Namen der Jungen-Dame fragen. Judith Allbaum. Die Frau Allbaum. Ja, dann herzlich willkommen in unserer Mitte. Ich kenne jetzt den Status noch nicht, es ging um die Wohnung von Sascha, glaube ich. Und, ja, vielleicht ein oder anderen kennen mich schon, weil ich eigentlich schon mal hier einziehen wollte. Und dann bin ich der Liebe wegen der Köln. Ja, und jetzt würde ich gerne mit meiner Tochter wiederkommen. Entschuldigung. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie hier gefilmt werden, nur dass Sie das wissen. Achso, nee. Sie sind von da unten. Das ist eine öffentliche Sitzung. Das kann ich. Das kann ich. Gut, das ist für meine Privatzwecke. Ich habe meinen Assistent nicht dabei, ja? Der würde normalerweise alles protokollieren. Ich muss alles protokollieren. Ich muss wissen, wer diese Person ist. Ich kenne diese Person nicht, ja? Wollen Sie, dass ich ein Foto mache und ich Ihre Protokolle aufschreibe? Ach nee. Das ist ja gut. Ich nehme nur mich auf. Ja, King Kong ist wieder unterwegs. Genau, Frau Roth, ja? Frau King Kong ist wieder unterwegs. Wir sind doch hier einfach gemütlich zusammen. Nein, wir sitzen nicht gemütlich zusammen. Auf keinen Fall ist es mir gemütlich zusammen. Okay, ich verstehe schon. Selbstverständlich. Ich nehme ja nur mich auf und das darf ich. Für private Zwecke darf ich das. Okay, da könnt ihr machen, was ihr wollt, Leute, okay? Private Zwecke. Zeit bleibt jetzt? Gut, okay. Wie viele Minuten habe ich denn? Wir haben 10 nach 20, 21 Sekunden, okay? Das geht rucki zucki, Leute. Rucki zucki, okay, wenn ich eine Aufnahme mache? So, ich habe Probleme mit Ihrer Frau, okay? Weil die erzählt, ich würde kiloweit mit Dingsgruben handeln, okay? Mit Drogen handeln. Ich habe Probleme mit uns, weil sie mich alle blockiert, okay? Darum rede ich nicht mehr weiter mit Ihnen. Wir haben Probleme, weil diese ganzen Fenster hier alle kaputt sind. Warum für uns? Wissen Sie das? Ich weiß es. Nächster Punkt. Nächster Punkt ist die Formulitäre-Pang, ja? Was ist die Formulitäre-Pang? Den habe ich doch vor Monaten schon gebracht, okay? Ich bin mal ruhiger jetzt, ganz ruhig, ja? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin noch nicht fertig. Das geht von meiner Zeit, Leute. Das geht von meiner Zeit. Das geht von meiner Zeit, okay? Das geht von meiner Zeit, Leute, okay? Ich sage euch nur eins, okay? Die uns wird mit mir kooperieren, okay? Ich bin von der WIR. Ich bin von der WIR, ja? Und ich will, dass meine Terrassentür gebrochert wird. Die ist schon seit letztem Sommer kaputt, ja, Frau Edala? Schickt ihr mir den Arschwissen, bitte. Ja, gut, okay. Ab, ab, ab. Ich kann nicht mal klatschen, weil ich hier eine Verletzung habe, ganz nebenbei, ja? Wollt ihr das sehen? Nee, das zeige ich euch nicht, okay? Aber ich mache gerne den Aufregschutz für den hier, okay? Den Aufregschutz mache ich hier, okay? Und ihr könnt nichts dagegen machen, nichts. Ja, jetzt sind Kinder hier, ganz ruhig, ganz ruhig, sind Kinder hier, Baby ist hier. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Weil das Baby weint, ja? Das ist meine Show jetzt, ja? Meine Show. Wie viele Minuten haben wir da? Zehn habe ich angekommen. Kann ich zwei Minuten machen? Drei Minuten. Drei Minuten, 20 Sekunden. Drei Minuten, jeder hat seine fünf Minuten. Das kann noch eine lange Show werden heute, ja? Okay? Der Bus fährt vorbei. Mache ich mal kurz, winke, winke, ja? Dafür bin ich ja gut genug, der Türke, der hier gut wachen kann, ne? Aber wollt ihr auch nicht? Aber vor Monaten habt ihr schon gesagt, wir waren Präsenzzeiger. Als Präsenzzeiger ist das auch zu viel, ne? Ah, der Dings ist schon weg. Natürlich, der weiß, muss ich schon was genau machen, aber ganz sofort, ne? Ich habe noch ein paar Minuten, die werde ich noch nutzen. Zwei Minuten und fünfzig Sekunden, ja? Beziehungsweise zwei Minuten und fünfzig Sekunden. Diese fünf Minuten werde ich genießen, das ist meine Show. Okay? Und dann holt ich wieder Acht. Ihre Frau erzählt rum, dass ich mich tierweise drohe, Mann, ja? Das werde ich vor Gericht klären. Okay? Ihre Frau erzählt noch andere Sachen rum, okay? So, Ruth, ich habe kein Problem damit, wenn deine Freunde sich lustig machen über mich, okay? Als Kind kommt. Sie haben mir Schokolade geschenkt letztes Jahr, als meine Familie noch da war, ja? Eine geöffnete Schokolade. Mit Lisa habe ich kein Problem. Mit ihr habe ich auch kein Problem. Sie hat schon einen Kix wegen mir. Mit ihr habe ich auch kein Problem. Mit ihr habe ich Probleme, sie redet jetzt mit mir. Mit ihr habe ich Probleme, weil sie auch noch die Polizei gut. Wieso kommen am 27.28.12., ich habe noch zwei Minuten, zwei Minuten habe ich noch, okay? Wieso kommen am 27.28. zwei Sörterne an meine Wohnung und wollen mich kurz und klein schlagen? Das frage ich euch mal, okay? In der offenen Gesellschaft hier, in der offenen Gesellschaft. Frag ich euch mal an. Frag ich mich nicht mal hier an, okay? Ich darf es dir jetzt mal fragen. Warum kommen zwei Sörterne hier an meine Tür? Geht von meiner Zeit nicht weg? Definitiv. Wollen wir mal sehen. Sehen Sie, keine Antwort ist auch eine Antwort. Nächste Frage. Wieso habe ich keine Antwort mit dir empfangen hier? Wir sind ganz gut, hier sind Kinder. Ich kann mich kontrollieren. Ihr braucht keine Angst vor mir zu haben. Niemals. Ich beschütze dieses Objekt. Ich habe auch mal gesagt, ich habe auch mal gesagt, ich beschütze diese beiden Frauen mit meinem Leben, ja? Ich habe viel verloren auf diesem Weg, ja? Aber ich bin der interne Projektleiter ab sofort. Dagegen könnt ihr nichts machen. Ich bin von der WIR. Die WIR wird eines Tages erst hier übernehmen, weil die uns ein Auslaufmodell ist, ja? Die uns ist ein Auslaufmodell. Weil es betrügerische Machenschaften da sind. Und das werde ich auch nur Beweise früßen, ja? Ich bin gerade dabei, das zu recherchieren. Warum wird denn nie das Wohnung eigentlich gekündigt? Das will ich mal wissen, gern langsam. Kein Kommentar. Kein Kommentar ist auch am Wohnen. Ich habe mich mit einem Namischen noch, ja? Seht ihr, ich schaffe es nicht mal in fünf Minuten euch fertig zu machen, ja? Und keiner kann noch etwas sagen. Oh, ich habe kein Problem mit dir. Mit dir habe ich ein Problem heute. Wir waren jetzt mal beim ersten Plenum. Wir kamen als erstes und wir können nicht bestimmen, wer hier rein und wo er rauskommt. Ja, ja, habe ich gesagt. Scheiße, verdammt nochmal. Hier kommst du nie hin da rein. Du kommst hier nicht so rein, Achmed, habe ich mir gesagt. Du kommst hier nicht so rein, Achmed, habe ich mir gedacht, ja? Ah, sechs Minuten, sieben Minuten, seitdem die Aufnahme läuft. Okay. Frau Ederle, Sie wissen Bescheid. Wenn ich nächstes Mal komme, dann bahnen Sie mich mit Respekt, ja? Und keiner von uns sagt, ich will nicht belästigt werden, ja? Ich will, dass meine Reparaturen gemacht werden, ja, Frau Ederle? Wann wird mein Bad repariert? Keine Antwort, das ist auch eine Antwort, ne? Genau. Wollen Sie weiter Blockade-Politik betreiben? 30 Sekunden. 30 Sekunden. Wollen Sie weiter Blockade-Politik betreiben? Ich sage dazu nichts. Sagen Sie was von uns? Nein. Sagen Sie was von uns? Sie wollen neben mir einziehen? Gut, viel Spaß aber. Viel Spaß. Sie wissen, ich bin, ich heiße Achmed, hier und von der hier, ja? Ja. Viel Spaß. Aber 30. Viertel, ich komme nicht raus, Leute, okay? Ich gehe nicht raus hier. Ich habe für diese Wohnung geblutet, ja? Ich habe für diese Wohnung geblutet und, ja? Wir wollen mal sehen. Ich habe jetzt nicht mehr mit euch zu tun, sondern mit dem Staatsschutz. Ich bin sofort fertig. Abgang wird gemacht, Leute. Ruhig jetzt. Ruhig jetzt. Bevor das Kind aufmacht, ja? So, Abgang jetzt. Abgang. Nein, ich habe schon mal euren Fokus, ja? Das wollte ich nun mal. Ich wollte nur mal ein paar Sachen gesprochen haben, ja? Ich habe alles, was wichtig ist für meine Aufnahme. Habt ihr Polizei gerufen, wieder mal? Ich bin mal draußen, ja? Ihr könnt euer Plenum, ihr habt euch aus jedem Projekt rausgeschlossen, aus jedem Projekt, ja? Ihr hättet euch einfach nur integrieren müssen in dieses Projekt, ja? Und das macht ihr nicht. Das macht ihr nicht, ja? Da können wir sagen, was ihr wollt. Das ist signifikant, nämlich. Signifikant. Und nicht fiktiv. Nicht fiktiv, ja? Signifikant ist das. Ja, Mama, komm mal raus. Das hat sich nämlich erledigt, jetzt. Ich habe auch mir nun aufgerannt.